Ja hallo, Red Hat aber jetzt brauchen wir einen Cleaner lassen, ey Cleaner, äh, Gentleman und, was, was hatte ich vermisst vorhin? Was war denn das? Da kamen die. Ha. Gentleman und, ja der Cleaner ist ein bisschen übermässig eigentlich, aber kann man auch nichts besseres nehmen. Boah, Jan hat endlich genug Leute ausgeschaltet. Ich steh nur sofort wieder, das ist ein bisschen nervig. Weg da, Jan. Ja. Ja. Perfekt. Was? Pass auf, der dreht sich gleich um und sieht dich. Der dreht sich gleich um und sieht dich. Danke. Der sieht nix. Der sieht auch nix. Ich kriege allen nix mit hier. Äh, äh, was ist hier los, äh. Äh, was ist hier los? Was? Oh, fuck. Schauen wir mal hier nach unten. Ich brauche den Schraubenschüssel gleich. Ich brauche einen Schraubenschüssel gleich. Ich brauche einen Schraubenschüssel gleich. Lass mich mal hindurch da. Ich habe Rechtsalarm ausgelöst übrigens. Ja, du auch? Ich hab deinen riesen Mob abgefangen, Jan. Das ist sehr nett von dir. Auf einmal sind wir umgedreht. Sindakte Russen haben gerade ihn erschossen. Die Russen hatten vor allem Jan verfolgt. Und mich. Das möchte ich sonst noch kurz betonen. Ich habe wieder so einen Nippel am Sack. Ich muss mich mal kurz verbissen. Aber Jan, das ist gut. Links rum die Troller dann noch ausschalten, dann kannst du mich holen. Apropos ausschalten. Da haben wir was mitgeholt. Das ist doch mit ausschalten, besser geht's ja wohl nicht. Die Troller sieht die gar nicht. Er sieht mich auch nicht. Er sieht das auch gar nicht. Oh fuck. Immer noch keine Waffe, das ist ein bisschen nervig. Pass auf, Jan. Genau. Oh kacke. Jetzt habe ich wieder so eine Troller am Sack. Warte mal. Ja, bleib mal locker. Genau. Ach, die liebt mich gar nicht. Ellbogen ins Gesicht. Geh ganz nach rechts und in die Ecke zum Klo, Jan. Da sehen die dich ab und zu. Weiter nach rechts und nach unten. Die kommen hier nicht rein. Ach so schön. Die sind gar nicht an mir interessiert. So, guck mal. Oh Gott. Geht er gar nicht dich holen? Ach nee. Alter. Wo ist denn der auf dem Boiler? Hier, warte mal, ich mach mal ihn frei. Das ist lustig. Oh, da ist nichts mehr. Ja. Jetzt hört mal ein bisschen locker, bitte. Ich will hier mal versuchen, was zu holen. Ja. Wir sind immer locker. Kennst uns doch. Sorry, Jungs. Aua. Ich stehe da zu pissen, ey. Ist mir alles egal. Ich stehe hier nur zu kacken. Ähm. Ach, das sind normale Typen. Okay. Elf noch. Ähm, magst du mal? Genau. Da stehen bleiben Abi. Da stehen bleiben Abi. Ja, wieso? Ähm. So. Danke. 147. Perfekt. Äh. Wippa. Der Gentleman und ich zusammen wippa. Nein. Nicht bewegen. Bei Blockern, die sehen uns nicht. Das ist aber ein Gerenne. Wir sind nur noch aufgescheucht alle. Wieso hier sehen die einen normalerweise? Ah. Auch nicht. Oh, kacke Mann. Komm noch zu mir. Danke. Keine Zeit für sowas. Nee. Oh, die haben mich auch im Wisch gesehen. Ganz geil. Ja. Warum das denn? Weil da alles vollstanden. Ja, wer bist du denn? Du schaffst es ja. Ich glaub auch. Man braucht wieder so ewig. Nö. Weil Frank bist du immer so schnell. Ja, der liegt auch direkt neben mir. Komm. Der läuft ja sofort. Da. Hast du das, ne? Was? Anarmendinger. Ach, fuck dich. Och. Ja, was? Ja, guck mal. Russel schläft. Ja. Ja. Krieg rauf die Fresse. Ich bin mal weg. Du Garde. Du Garde? Hä? Was denn? Fäh. Ja, du schaffst vor einem Russen im Ohr. Ja, das hab ich gesehen. Ach, ich such nur gerade. Ah. Ganz oben. Ach, und ich liegt direkt in dem Aufgang. Also das heißt, erst Frank wiederholen, dann wenn der getarnt ist, kann der mich wiederholen. So oder so ähnlich, ja? Oder Rauch schmeißen. Ach. Das ist auch nicht schlecht. Helfen wir mal. Kann der dir helfen. Ja. Korrekt. Das war nicht so klug, Freunde. Ich helf euch mal. Wohnt weg! Tür aufmachen! Oh, nach oben, komm! Das war dumm, da haben wir übrigens ne Münze übersehen. Dann ist nochmal zurück, wenn ich mit ne. Nach oben. Falls muss soweit kommen. Mach mal nach oben. Mach mal nach oben. Also ich könnte das mit dem Gentleman jetzt ohne Probleme dabei hinschleichen. Aber. Und ich vermute mal ganz rechts auf den Balkon. Natürlich. Ich wollte ihn eigentlich ausmachen. Ja, den kannst du jetzt ausmachen. Komm her! Ja, warte. Jetzt. Oh, oh. Hä? 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 Was denn warum da ist? Hä? Soll ich dir noch einen besorgen? Ne, ich hab schon einen. Oh, da kommt die ganze Gruppe. Ich muss euch mal pennen. Gute Idee eigentlich. Oh. Oh, der steht wieder. Guck grad an. Jetzt. Ganz schön stressig, ey. Hast du? Jop. Wie gesagt, nach welchem Spiel muss ich auch mal pennen. Was ist hier los? Ach, schön. Wie wird das denn aufgekriegt jetzt? Hier ist durchgegangen. Schön. Mein Russe. Warte. Oh, der ist der Russe, aber frei. Wenn ich da durch bin, Jan. Ja, mach ruhig. So wie jetzt. Hilft. Da komm ich nicht vorbei. Nein. Was? Ja, hier steht ein Typ mit im Busch. Mehrere. Diese Kackschrift, ne? Voll, wie viel Vent da jetzt gerade in unserem Busch. Wie habt ihr ihn da jetzt eigentlich reingeschmissen in den scheiß Busch? Geh mal ihm weg, ne? Ist auch gut so. Lass die hier erstmal alle wieder weglaufen. Ja. Das ist unser Hauptbusch. Unser Hauptbusch. Ich weiß nicht, der Führer. Hm. Top. Die Watte gilt. Gott, zu vielen Leuten. Fuck you all. Selfies geknackt. So perfekt, Frank. Oh, nicht so perfekt. Aber der geht ja die offene Tür und räubert alles. Ah, da kann ich unten lang. Ist das frei, ja. Moin. Geil, geil. Moin. Aber ich liebe sie. Nock. Darf ich sie meinem Freund vorstellen? Der bricht immer eben das Genick. Ich geh immer auf die Tanzfläche, Freunde. Ja, sollen wir? Nein, ich. Ach so. Ich sag ich, dann meine ich ich. Nööööööööööööööim, verschwunden! Rosse. Hm? Rosse. Meine, meine Rosse. ist weg wie kommen wir jetzt rechts in hochsicherheitstab rein auch ich weiß wie ist ganz einfach so wir können schneller ich komme ich da jetzt in ihr kasper köpfe laufen gut idee hier macht das die kasse platt ach du bist gar nicht einer von euch ist ja einer von den anderen ich bin tot ich gehe ganz oben rechts ja ich weiß sorry leute übrigens tot schlusshandlung ist in ordnung muss mir hier nur gleich erst mal ein bisschen dingens holen so fick dich hochhelfen perfekt das hast du gut gemacht frank ja ab und zu muss das ja auch mal richtig sein und pass auf und ich kann gleich einen den den der vorm krägen steht den kann ich ausmocken also schlafen liegen mit der spritze meinst du ja jetzt noch ein rad noch eine wache raus die anderen beiden die anderen beiden typen gucken nach oben kannst du dich ins gebüsch verstecken ja du kannst dich ins gebüsch stellen auf das andere dachte ich ja aber hey durchschießen bestimmt jetzt kann er sich ja mit mich hinschleichen zu mir recht zu warten ja genau weiter schlafen ja mach ruhig können wir noch die kassette jungen wohns gleich ach so so auf der sieht dich die wollte ich mir gerade schnappen super elf aber elf geldstücke fehlen uns noch wo sind die denn leute was elf geldstücke ach da einer einer ist unterm codecheck genau den habe ich gerade gefunden eine 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 jungen nervs auch und da legst du besser Zulala Vielleicht kam nicht in den Busch Heute ist es ein verdammtes Fisch Das hatte ich eigentlich auch vor Geh ganz klein stehen da unten aus dem Busch Vielleicht kannst du mich gleichzeitig aufwecken Die Frage wo ist das restliche Geld Das sind dann 10 Wahrscheinlich haben wir ein Tresor übersehen Das sitzt kann ich dir sagen Codecheck Dann da drunter die Münze und dann links mit der Hand Ach Tresor Ich habe ein Reinigungsmittel hätte ich fast gesagt Gesehen Nicht Fuck you all Ach kacke die gewischen mich an Aber ich habe alles Geld geplündert Aha Ups 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 So wo bist du? Da liegst du Oh Bitte 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 Oh alter Renn nach oben Renn nach oben Jetzt nach links hoch Ich kann mich Ich kann mich aber Es löst keinen Alarm aus Wenn man ähm Den Schraubenschlüssel schnell genug benutzt Okay Ach geil Der hat die Leichen Wir haben die Leichen weggeschafft Exzellent Ach haben wir die alle hier mit in den Gang rein Jaja Das waren viele Das waren viele Au au kacke die wollte ich gar nicht Grandios Ich hätte den extra angerempelt damit ich den übernehme ne Ärgerlich Ärgerlich Dann kannst du ihn dann umlocken Welchen den Wachmann Jaja Oh jetzt grad nicht Super Und dann den Ja Ja Komm immer mehr Okay ab dafür Ups Ich war's nicht Und helfen Und dann runter Und dann schnell Und dann direkt nach rechts ne Und los Und da waren wir noch nie glaubt mir Doch waren wir schon Nein Doch Wir haben das andere mal gemacht Ja das leichtere Achso Ja mit dem Ja Ja Ich hab doch gesagt Nichts zu anfassen Ähm Du bleibst immer schön im Busch Jaja Ja Das war so knapp Was denn? Wow Wann der ganz her geschossen Oh Ich find die Kolonne so geil Die der in der Mitte rumläuft Immer im Kreis Oh ja Alarm Nö Einer von unten Einer von unten Ja Ah nö Der läuft mit Nochmal Nochmal Alarm Oh kacke Au rossen Ich bin verkleidet Du siehst mich nicht Fick dich Äh Ich hab ne Krawatte rum Als roterige Frau Ach verdammt Ich hab den Pokal gefunden Ihr könnt mich ja alle malen Die Stampede kommt alter Ja ich bin gleich Hack Ja ich bin gleich Hack Die sagen alle der Garde Bescheid gerade Ähm Stellt euch doch mal dahin Stamm Bede Jan ist jetzt mit 10 Manial gerückt alter Ich seh sie Ich seh sie Ben Twain Ich lieg hier im Busch Ich hab's gesehen Ist mir kackegal Junge Besseres zu tun Ich kann mich alle mal am Arsch lecken Ich löse einfach alle Alarmanlagen aus Die Daten Ich bin über alle Orten drüber gefoltert Oder in der Mitte ist der Tresor Ich seh ihn gerade Ich hab erworfen bis auf 14 Den Pokal hab ich schon Also schon Also in Anführungsstritt Oh ey Ne Manson Pete ey Und die sind auch hohl Ah fuck Ich hab's schon wieder getan Sorry Kannst nicht viel ne Oh Oh Fickt euch doch alle Ich kann auch einfach mal das Genick brechen Ich hau mal ab Ah Mist ich dich im Minenfeld Schönen Ach so Frank Ich dachte das wäre Burger Ne Ich wundere mich schon warum das so gut funktioniert Burgers unten Die laufen auch nicht sonst immer so im Kreis Das ist davon affig Was verfolgen Polonese Ja Ja So geht gleich los Wenn ich mich bestimmt noch ein bisschen beruhigt habe Und ich hab die gerade Personalversammlung Hahaha vom bov haha Entschuldigung, alles gut Da sind sie wieder MANTRAIN Die sehen mich nicht Die sehen mich nicht Laser Oh Gott Garde Garde Ich bin mal weg Tschüss Passt schon, noch sind wir im grünen Bereich Drei Geldstücke Ja und alle liegen hier in der Mitte Da links ist noch ein Raum Hm Wieso, hier wo der Tresor war, einen hast du da drüber, einen links und einen unten Das sind die drei, die noch fehlen Hm Das ist, einer steht hier schon mal drin und der Rest läuft die Panik durch, so Das war der Erste So Gut, dass sie euch hinterher rennen Oh Gott Was sollen wir mal machen Stopp, stopp, stopp Oh Gott Du bist dreimal vorbeigelaufen Wo denn Hier in der Mitte ist noch der Tresorraum Direkt links davon Achso, ach scheiße, die habe ich nicht gesehen Da bist du direkt vorbeigerannt Genau Genau Okay, das nehme ich doch Oh, nein, lass uns das andere Street, der will Ding machen Das Ja, okay Ne, warte, warte, das ist, okay, warte, wir können das, wir bringen das jetzt, wir bringen das, komm, hey Okay Unten lang oder nicht, oder wo wird zu lang Und dann gehen wir da aufs Street Level Warte, ich helfe, genau, hoch helfen, gute Idee Habe ich da verpatzt Weil ich so ein mieser Teamspieler bin auch Ups Und jetzt nach Links oben Ach, scheißegal Und da sind wir jetzt bestimmt Fluchtautos Ja, so und jetzt warten wir mal eben hier auf einen, der die Tür aufmacht Den schnappe ich mir dann und renne dann gleich durch So das bleibt stehen Ja, wer von euch beiden schnappt sich den, was ist besser? Red Hat? Ja, gute Frage Go, wir müssen aber dahin, wir müssen zum VIP-Floor, komm wieder hoch Wir müssen zum, hä? Ja, Wanda Weiß nicht, Hubschrauber vielleicht, keine Ahnung Der letzte muss noch mal eben nach unten und nach oben laufen Ja Und jetzt müssen wir, wohin der Chip Escape Escape Also bisher, war das doch immer mit den Autos Ja, bisher Ja, Frage ist wo Ach, da unten, okay Okay Ja, ich schätze mal Ja, ich schätze mal Irgendwie sowas, wird das wohl sein Oh, kackt weg Fuck Mist, geh mal gucken Ja, fick dich Hahahaha Schraubenschlüssel die Leiter hochgegangen, Alter Können mich alle mal Die kommen alle zurück, ja, pass auf Oh ja, oh, egal Aber, der Frankie steht ja noch Gott sei Dank Jetzt hab ich Doe wieder beim Street Level stehen, ne? Fickt euch doch Ja 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 Komm, rein da Hier Toll Ja, fick ich Am Arsch Jetzt haben wir ein Gut hingekriegt eigentlich, auch zu zweit ist das fast nicht möglich Ey, wie lange haben wir da dran gesessen, Abi Häufige Zeiten Alles klar, dann, ähm, wir sollen mal bis zum nächsten Mal Ja, hat Spaß gemacht Und eine gute Nacht Juhu Viel Spaß machen